Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Halt's Maul! Okay, mach ich. Nee, kann ich nicht. Mein Maul ist angewachsen. Herzlich willkommen zu Singleplayer. Ich kann ja heute keine Multiplayer bringen, Leute. Blöderweise sind ja wieder Wartungsarbeiten bei Rockstar Games. Die müssen ja irgendwas gucken, was da los ist, irgendwas wieder kaputt oder so. Auf jeden Fall, ja, ist ja jetzt schon der neue Patsch draußen, 1,09, blub, blub, blub. Der ja irgendwie gegen Hacker ist und gegen Glitcher und gegen was weiß ich. Naja, hoffentlich baden die nicht gleich, meine ganzen Freunde. So, also, ihr kennt ja alle die O'Neal Ranch. Die ist ja bei vielen Leuten bekannt. Viele haben schon ein YouTube-Video von mir gesehen, wo ich das angreife. Jetzt zeige ich euch aber mal, wo das ist. Hier ist die O'Neal Ranch. Ne, kleine, aber feine Ranch. Die, da werden einfach ein paar Kühe gezüchtet. So. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Tiere zu töten. Da könnt ihr die Sniper benutzen. Für die Facelar-Mitglieder. Oder eine Shotgun. Für die Terminators unter euch. Und euch zeige ich jetzt einfach mal die Kühe. Die sind ja richtig mal lustig. Guck mal, die bewegen sich sogar. Moin, moin. Ihr kleinen Kühe. So. Aber das ist jetzt mal nicht so wichtig. Ihr könnt natürlich jetzt, wenn ihr ein Tier tötet, verschiedene Praktiken anwenden. Zum Beispiel das hier. Das ist das coolste. Achtung. Jetzt habe ich die Kuh angefahren. Mal gucken, ob die noch lebt. Moin, moin. Frieda, lebst du noch? Ja. Die ist nicht mal am Leben. Traurig, aber wahr. So. Jetzt gucken wir mal da hinten, ob da auch was lebt. Oh, nee. Da ist nichts mehr. Oh, die ganzen Kühe hauen ab. Das gibt es doch gar nicht. Ja. Da gibt es die geile Shotgun. Das ist aber echt brutal. Hallo, Leute. Guckt da nicht hin. Guck mal hier. Oh. Moin, moin. Die moved sich jetzt noch ein bisschen. So. Shotgun. Eigentlich ganz langweilig. Würde ich euch nicht so empfehlen. Ich würde euch vielleicht eher so die Sniper empfehlen. Die ist auch sehr geil. Weil die Kuh hat natürlich wieder keinen Plan, um was es geht. Ihr könnt jetzt auch auf den Euter schießen. Pass mal auf, was passiert. Ah. Scheiße. Ich habe sie nicht getroffen. Ah ja. Treffe ich halt die Kuh hier. Guck mal. Die fliegen einfach so rum. Ach, herrlich. Leute. Moin, moin. Es gibt jetzt auch noch eine Schweine-Range. Aber ich habe nur vergessen, wo die ist. Da könnte man jetzt theoretisch die ganzen Schweine hinterherjagen. Und was auch sehr lustig ist, man könnte diese Tiere jetzt einfach so verfolgen. Bis in die Innenstadt von Los Santos. Man kann die also so treiben. Ist auch eine geile Sache. Und da laufen die Kühe durch Los Santos. Also auch sehr nice. Moin, moin. Ah. What the fuck? Hier rennt die aber richtig. Guck mal hier. Oh, herrlich, Leute. Herrlich. Guckt doch mal die schöne Kuh an. Ah. Zack. So. Also, das war eigentlich die Kuh-Hetzerei. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich richtig, richtig lustig, diese Kühe zu töten. Zack. Headshot. Und wie die umfallen, Leute. Wie die umfallen. Herrlich. Also, Leute. Ciao. Ciao.